Ich hatte nicht vor, meinen Vortrag eine empirische Geschlossenheit zu verleihen. Vielmehr trachtete ich, in ein Sammelsurium vieler Gedanken, die das angesprochene Thema betreffen, hier klarzulegen bzw. offene Fragen zur Diskussion zu stellen. Zur Einführung meines Vortrags will ich festhalten, denn die heutige Gegenwart ist schuld daran, dass ich ein Atheist geworden bin. Niemand hat mir das eingeredet, nur allein die Vernunft. Der Glaube ist irrational und wer glaubt, der wird nicht selig. Es wird kein Mensch jemals selig. Der Mensch wird für das Leben und für den Tod geboren wie alle Lebewesen. Er existiert auf diesem Planeten, es existiert auf diesem Planeten, nur Wunderliches, aber kein Wunder geschieht. Wunder sind ein Blunder. Die sogenannte Natur hat diesen Erdball vermutlich oft bis an die Grenzen der Vernichtung gebracht. Nach dem Absterben der Sonne, wenigstens schon vorher, wird sie nicht mehr sein. Die sogenannte Schöpfung wird an dieser Erschöpfung aussterben. Die Wissenschaft irrt nur fallweise, aber insgesamt hat sie recht, sonst drehte sich die Sonne noch immer um die Erde, die noch immer eine Scheibe wäre. Wenn es heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt, dann hat Gott nie einen Führerschein gemacht. Das Gottesbild entstand immerfort aus Visionen von Hysterikern, von Kranken im Gehirn oder wie man sagt, im Geiste. Aber es gibt nichts Höheres als das menschliche Gehirn, das das Wissen und die Kunst hervorbrachte. In ihm wohnt, wenn man so will, das Göttliche. Auch das oft zitierte Bauchgefühl hat seinen Sitz im Schädel. Mystik ist eine verlogene Physik. In etwa zwei mehr vier ist siebzehn. Mystiker sind insgesamt Hysteriker, oft sind sie Kleriker. Sie sind meist oder immer mit kirchlichen Kreisen verbunden. Ihre Visionen, ihre Wahnsvorstellungen, ihre Erscheinungen nennen sich spirituelle Erkenntnisse. Luftgeister schwören in ihr Gehirn, Engel fliegen ohne Federkleid immer unsichtbar durch die Räume, aber manchmal erscheinen sie leibhaftig einen spirituell begabten Erdenmenschen, um ihm Ratschläge zu geben, wie er ewig leben kann. Dies wurde von den großen Malern der Vergangenheit sehr schön illustriert und von den Genies der Musik zum Tönern gebracht. Die Rheinische Vernunft hat Schmutzflecken verursacht an den Religionen. Die Geschichte der Religionen ist nur eine Kriegsgeschichte, die sich bis heute fortsetzt. Die Vernunft ist ein kostbares Geschenk an die Menschheit, allein von vernünftigen Menschen erfunden. Religiöse Menschen glauben an das Irrationale, an das Spirituelle, an Phantone, die sich außerhalb der Atmosphäre abspielen. Aber wir leben hier zwischen Vulkanausbrüchen und Tsunamis, zwischen Edelsteinen und Kamelien, zwischen Geburt und Tod, zwischen Werden und Vergehen. Spirituelle Eingebungen haben mit dem Rausch mehr zu tun, als mit dem Überirdischen. Gottfried Brenn hat ihr System ganz klar durchschaut. Jedenfalls spielten die Spiritosen eine große Rolle, wie bei den Schamanen die geheimen Rezepte zur Umsetzung der Hellseherei. Wie man so sagt, berauscht sich das Publikum auch an einer Sinfonie. Musik versetzt einen in einen höheren Zustand des Seins. Hermann Nietz sagte mir einmal, man sollte mit einem Doppelliter Wein ein Konzert oder ein Museum besuchen können. Eine positive Spannung entsteht durch eine chemische Veränderung der Synapsen. Ich als Pessimist bin leider der Überzeugung, dass die Vernunft keine Zukunft hat. Der denkfaule Tagesmensch hat kein Interesse daran. Eher glaubt er an die Todgeburtreligion. Er denkt dabei nicht an die Inquisition, an die Kreuzzüge oder an die Päpste der Unzucht. Der faule Tagesmensch denkt nur an einen Glauben, an den er nicht glaubt. Spiritualität ist Gehirnarbeit, vielleicht eine besondere. Ein Genie ist die Ausgeburt aller Menschen. Einsam ist das Genie, weil es zu wenig seinesgleichen gibt. Seit der Zeit der Aufklärung, die permanent fortschreitet und später der Erfindung der Fotografie, ist die Kunst nach und nach an ihre Grenzen gestoßen. Sie landete beim Anything Goes, was besagt, dass sie am Ende aller Stilrichtungen angekommen ist. Mit einem Wort, wenn alles geht, geht zugleich nichts mehr. Die Folge war eine blünder Zeit. Die bisherige Kunst wurde zur Kleinkunst aufgeblasen durch Kapital und Marketing. Wer an diesem Marktspektakel nicht teilnehmen will, wird zum provozierten Leben, wie Gottfried Benzich ausdrückte, verurteilt. Ähnlich wie im Leistungssport, das Doping spielt in der Kunst, ich berausche, eine große Rolle. Man will nur seine körperlichen und geistigen Grenzen hinausschießen. Der 100-Meter-Lauf-Rekord kann nicht mehr auf sieben Sekunden gedrückt werden. Es sei denn, ein extrem aufgeputschter Athlet wird durch Drogen hergestellt. Die Drogen macht nur sein Talentbad Baudelaire, ein Genie, und der Rausch hat einen gewissen Anteil an Beethovens Neunter und Van Goghs Kornfelder. Nach den erhaltenen Aufzeichnungen von Beethovens Haushälterin hatte der Meister jeden Tag eine Flasche Wein auf dem Tisch. Und Van Goghs Absinthkonsum ist bekannt und belegt. Heute ist der Drogenkonsum der Popstars bekannt, oft bis zum Tod führend. Ein kontrollierter Alkoholgenuss spielt auch bei meinem Schaffen eine große Rolle. Er verändert mein Normalbewusstsein zugunsten dessen, was man als Inspiration bezeichnet. Grundvoraussetzung ist natürlich immer die Lust und Leidenschaft an künstlerischen Wirken und Werken. Der Schamanismus wurde auch auf einen Daumen durch Drogen in Bewegung gebracht. Die Sufis tanzen sich in einem Rausch, in eine Art überirdisches Befinden. Und die Meditation ist ein Verfahren, sich in eine Entrücktheit zu versetzen, in einem Rausch der Körperentfremdung. Alles zusammen sind die Bewegtung denn nichts anderes, als die allgemeine Leibhaftigkeit zu überwinden. Religiöse glauben wieder die Vernunft an irrationale Botschaften. Sie verklären ihren eigenen Geist zu einem fremden Heiligen Geist. Ihre Spiritualität lesen sie von Büchern ab, die zumeist Jahrhunderte vor ihrer Zeit geschrieben oder überliefert wurden. Religiöse Menschen glauben stets an Legenden, deren Wahrheitsgehalt sie nie überprüfen. Der rechtschaffende Künstler aber ist stets auf der Suche nach Wahrheit, wie auch der rechtschaffende Wissenschaftler. Giordano Bruno sei als Beispiel zitiert. Er war ein wirklicher Forscher im Gegensatz zu den Hysterikern Nostradamus oder Jakob Böhme. Der rechtschaffende Künstler ist einer, der Skandale verursacht, mehr oder weniger große. Dass seine Suche bzw. Sucht nach Wahrheit seiner zeitgenössischen Gesellschaft nicht in ihren Plan passt, wird er nachträglich zum sogenannten Visionär erklärt. Aber häufig verdankt er seine Herzlichkeit der Zufuhr von Drogen aller Art. Das künstlerische Schaffen ist vielen Stimmen unterlegen. Es ist ständig im Konflikt zwischen Erfahrungen und dem Streben, diese zu erweitern. Diese Erweiterungen müssen häufig im Gehirn provoziert werden, denn mit der reinen Vernunft erreicht man keine Überschreitung der Höhenpunkte. Die Erfahrungen beziehen sich auf die herkömmlichen Kunstwerke und auf das vorgegebene traditionelle Material. Es ist sozusagen ein Kampf mit dem weißen Blatt Papier und den Visionen. Als solche kann man die Abbilder des Denkens bezeichnen, denn sie waren vorher nicht vorhanden. Jedoch trifft es nicht zu, wenn sie als Plagiate schon vorhanden sind. Und meistens ist dies der Fall. So gesehen ist die Sucht nach Erweiterung, nach Überschreitung des bisherigen eine Rekordsucht. Da kommen wir wieder auf die Überreizung der Nerven zurück, auf das provozierte Leben. Georg Traki, einer der größten Lyriker, war Angestellter einer Apotheke und hatte Zugriff zu den Drogen. Nach einem erschütterten Weltkriegserlebnis griff er aber noch als zu diesen. Es entstand das Werk Grotek, eine Giftgaspoesie. Natürlich hat Kunst mit den herkömmlichen Geistigkranken viel zu tun. Schizophrenikunst ist neuerdings hoch im Kurs, obgleich der schizophrene Autist nie als Denker, sondern nur als Nachahmer seiner Empfindungen bezeichnet werden kann. Stumpf und eintriebig. Auch der Depressionismus spielt eine große Rolle in der Kunst. Angeblich wehrte sich Sigmund Freud gegen Analysen von bedeutenden Künstlern. Ja, das wäre eine Art Sterndeuterei ohne Sterne. Bersack versuchte durch einen übermäßigen Kaffeegenuss, sein literarisches Öwe ins Maßlose zu steigern. Er strapazierte seinen Nerven, arbeitete in Nächte durch, bis er Opfer dieses Suchtprogramms wurde. Um sie in die Geschichte als Genie einzuschreiben, haben zahlreiche Künstler bewusst Krankheit und Tod riskiert. Einerseits war dafür ein Hunger nach Übersteigerung der sogenannten Inspiration, andererseits eine Bestätigung des Machtgefühls verantwortlich. Ein Rätsel bleiben die vernünftigen Künstler, die ohne Aufputschmittel auskommen. Möglicherweise trifft es zum Beispiel auf Johann Sebastian Bach zu. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regel einerseits. Andererseits kann exzessiv praktiziertes Christentum auch eine Droge sein. Dass ein Handwerker wie Michelangelo nüchtern an die Sache herangehen musste, leuchtet ein. Beim Bearbeiten eines Mammorblocks ist es angebracht, sich nicht auf die Finger zu klopfen. Außerdem fehlen uns heute bei der Durchleuchtung längst vergangener Zeitgenossen die Analysen ihres alltäglichen Verhaltens. Beziehungsweise kann sich die Forschung nur auf unverlässliche Berichte eines Vasari stützen. Wie auch immer, früher war die Kunst mehr Handwerk als Erforschung des Individuellen. Dies bezeugt die Entwicklung vom anonymen Steinmetz zum namentlich bekannten Bildhauer. Erst nach der Aufklärung, besonders nach der Entdeckung der Psychoanalyse, wendete sich das Handwerk ab zu den atomisierten Künsten, zur Forschung des Eigenbetriebs Seele und im Weiteren durch die Gehirnforschung zur Eingrenzung der Seele im Gehirn. Durch solche Erkenntnisse sind die Grundlagen des Geniekulps, der im 19. Jahrhundert begründet wurde, fragwürdig geworden. Was mich als Künstler betrifft, schaffe ich die Wende von der individuellen Kunst zur aufgeblasenen, materialkapitalistischen nicht. Ich halte die Ausstellung eines Haies in einem Glaskäfig für eine Kaufhausattraktion, für eine Schaustellung nach Art des Wurstelbraters. Möglicherweise bedeutet dies die endgültige Abschaffung der Seele, somit auch der Inspiration. Aber in diesem Fall bin ich an der Kunst nicht mehr beteiligt. Ich bin dann ein Nichtkünstler, ein provinzieller Amateur. In der Literatur spielt nie die Macht des Materials eine Rolle, sondern immer die Macht des Geistes. Nur die Kunst hat sich mehr und mehr zum Kunstmarkt entwickelt. Die Spiritualität wird zum Markt getragen. Die Sensibilität eines Mumies, Flaubert oder Rimbauds, aber stirbt nicht aus, trotz Hai im Glaskäfig. Ich will nicht behaupten, dass alle Eingebungen spiritueller Art durch Drohung gesteigert wurden. Aber es gibt zu viele Beispiele, die man nicht außer Acht lassen darf. Es gibt natürlich mathematische Denkkünstler, Hirnarbeiter, also Kopffüßler, wie André Heller sich ausdrückte. Aber selbige haben mit dem Begriff Inspiration wenig zu tun. Sie sind Handwerker bzw. Verstandwerker. In früheren Zeiten berauschten sie sich aus heutiger Sicht naiven Religiosität. Als die Aufklärung die menschliche Vernunft zur obersten Instanz des Denkens erklärte, formierte sie die Psycho- und Körperanalyse. Die religiös Berauschten verloren nach und nach ihre Auftraggeber und verloren zugleich ihre Motive. Die Kirche und die imperialen Gönner hatten ausgedient. Unterbrochen von mehreren Diktaturen entwickelte sich im Untergrund die Progression der neuen Künste jedoch fort. Mit dem Impressionismus begannen die ersten außerkirchlichen Kunstskandale, für welche die neue Bürgerschaft verantwortlich zeichnete. Die Atomisierung der Malerei, Musik und Literatur nahm ihren Lauf, begleitet von surrealen Visionen, angeregt von der Psychoanalyse und der Traumwelt. Niemals zuvor standen sich Traumerinnungen und Wahrnehmungserwachen Wirklichkeit so konträr gegenüber. Francisco de Goya war ein Vorbote dieses Zustandes. Da die Kunstgeschichte sich ihm eigentlich immer wiederholt, bedarf der Prä-Surrealismus eines Hieronymus Bosch und Peter Broglie hier nicht unerwähnt bleiben. Der Zöllner Rousseau beantwortete die Frage, wer bedeutender wäre, er oder Picasso, mit den Worten Picasso im ägyptischen Stil, ich im modernen. Hiermit begann sich die Welt der Ismen zu verfestigen. Aber durch alle diese existiert die Welt der Drogismen, der Berauschungskünste. Von Oskar Kokoschka ist überliefert, dass er minutenlang in ein grelles Lampenlicht blickte, um sein Auge zugunsten einer anderen Sichtweise zu blenden. Wahr oder unwahr, Alfred Kubin setzte sich durch den Genuss von Seife in einen Fieberzustand, um seine Inspiration zu steigern. Wahr oder unwahr, Friedrich von Schiller erhöhte seine Imaginationskraft durch den Geruch fauler Äpfel. Wahr oder unwahr, die meisten Künstler verbergen ihre Sucht nach Aufbruchsmitteln, um ihre Inspiration als Ausdruck ihrer Normalität vorzutäuschen. Als die freiwilligen Opfer ihrer Sucht, wie zum Beispiel Charles Baudelaire, Josef Roth, Willem de Kouni, Arthur Rimbaud, Mois, August Strindberg, Edvard Munch oder Hans Foller da und so weiter und so weiter. Einem seitenlangen Langweiler wie Thomas Mann genügten sicherlich ein paar Gläschen, wenn überhaupt. Es bedarf einer neuen Forschung über das Suchtverhalten von schöpferischen Menschen, aufgebaut auf den Erkenntnissen des Arztes und Dichters Gottfried Penn. Ein provoziertes Leben dient auch mir als Basis für diese Rede. Ich erlaube mir, eine Sequenz aus seinem Werk zu zitieren. Oh Nacht, ich nahm schon Kokain und Blutverteilung ist im Gange. Das Haar wird grau, die Jahre fliehen. Ich muss noch einmal im Überschwange vor dem Vergängnis blühen. Natürlich ist Penn seit geraumer Zeit nicht mehr am Leben und es bedarf einer Fortsetzung seiner Gedankengänge, bei der die neueste Gehirnforschung eine bedeutende Rolle spielen wird. Die Umgrenzung und Bildbarmachung einzelner Sektoren wird zur Aufklärung menschlichen Denkens wie beitragen, somit auch zur Entdeckung eines Religions- oder Inspirationszentrums. Dass die sogenannte Seele ihren Ursprung im Gehirn hat, ist klar, aber noch nicht allgemein gut. Das oft zitierte Bauchgefühl ist nur ein Finden, die Gehirnwindungen in die Gedärnwindungen zu verdrängen. Ein geköpfter Mensch kann den Bauch nicht mehr weiterfühlen. Aus dem Bauch heraus schrieb nicht einmal Balsak seine Romane, auch wenn seine Gedärme voll Koffein waren. Ich selbst bin ein Materialist, der über unbekannte Weiten und Tiefen erstaunt und von der Vorderneugier, die sie zu begreifen, getrieben wird. Meine Spiritualität besteht aus einer dunklen Materie. Zur Inspiration muss man sich erziehen, erziehen durch das bisherige und dessen Überwinden. Folgerungen machen den größten Teil der Inspiration aus. Man muss die letzten Erkenntnisse der sogenannten Vorbilder erweitern und zur unumstößlichen Tatsache erklären, begleitet von einem gewissen Zweifel. Nicht vergessen werden soll das Problem Konkurrenz. Der Konkurrenz stachelt den Künstler an, dem er seit dessen Dummheit bekünft, erhöht er sein Eigensinn. Die Erziehung zur Inspiration ist ein Gewaltakt. Man überschreitet dabei seine eigenen Grenzen und macht sein sogenanntes Innenleben zur Profession. Das Streben nach einem Bekanntheitsgrad spielt eine bedeutende Rolle. Man ist nicht mehr sich verpflichtet, sondern der Gesellschaft. Man ist dies ausgeliefert. So war es, seit Künstler einen Namen hatten, seit Raphael seinen Vorgängen und Nachfolgen. Seit der anonyme Künstler verstorben ist, ist die Sucht nach einem namentlichen Künstler enorm gewachsen. Albrecht Dürer war der erste Künstler, der sich selbst zum Markenartikel erklärte. Ob er ein Trinker war, weiß kein Historiker. Seine Handwerkskunst beweist eher das Gegenteil. Er war ein Werbegrafiker seiner Zeit, ganz hingegeben von realistischen Visionen. Die Droge ist der verlängerte Arm des Geistes. Das Erschreckende ist, dass sie nach getaner Arbeit nach ihrer Wirkung Bedrückung und Depression verursachen kann. Die Droge, welche auch immer, steigert den Ruf des leidenden Künstlers. Bei mir geht das bis zur Verachtung des gestrigen Schöpfungsaktes. Ich weigere mich, meine Werkstatt zu betreten. Ja, ein Gefühl von Hass macht sich in mir breit. Der Nachteil der Gifte ist es, dass sie längerfristig ruinös sich auswirken. In extremen Fällen, wie zum Beispiel im Fall Georg Drakel, hatte das letale Folgen. Auch Charles Baudelaire's Antlitz der letzten Stunden künden davon. Das provozierte Leben ist immer mal eine gesteigerte Form des Ichs nach Sigmund Freuds Über-Ich, ein Über-Über-Ich. In diesem Zustand will der Künstler beim Schaffen seiner Werke nun kontrolliert irrationalen Prozess treten in einen dem Wahn ähnlichen Schaffensrausch. Eine gefährliche Nähe zu Diktatoren ist dabei gegeben, zum Größenwahn. Aber der Künstler verinnerlicht sein gesteigertes Bewusstsein, während der Potentat sein Machtbewusstsein sozusagen veräußerlicht. Hitler, Nero oder Stalin hatten ihre Visionen, aber die stützen sich auf vergangene imperiale Perioden und fragwürdig sagenreiche oder fragwürdig sagenreiche. Sie ersetzten Qualität durch Quantität und ihre getreuen Anhänge imitierten ihr Gehabe. Aber die Aufbotsmittel waren verboten, ob reich zum Beispiel Hitler ein Morphinist war, verschrien von seinem Leibarzt. Insgesamt gesagt spielt bei der Kunst die psychische Krankheit eine gewichtige Rolle. Der Künstler neigt dazu, diese Störung und der Seelenstimmungen zu überhitzen. Frank Koch brachte sich seine Kornfelder zur Heißglut. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, ganz im Irdischen ergeben, ganz fern von Hieronymus Bosch, der sich ja seine Hölle ausmalte. Aber alle zusammen waren dem Christentum verpflichtet, wie wir heute dem Atheismus und dem Nihilismus. Die Frage, wo der Sitz der Seele ist und ob von ihr die Inspiration ausgeht. Vermutlich habe beide Fragen sehr viel, nämlich ganz mit dem Gehirn zu tun. Wenn man im Gehirn die Trauer, Lust oder Schmerzfelder eingreifen konnte, mag man die Inspirationsquelle auch orten können. Die Höhepunkte, die der Mensch erreichen kann, lagen auf der Ebene der Kunst und Wissenschaft, besser ausgedrückt, der Naturwissenschaft. Wissenschaftsfeindlich sind alle Religionen, alle Sekten, die am meisten von der Seele fasen, die sie meist in der Brust angesiedelt wissen. Das Aushauchen der Seele beim Tod erfolgt also aus der Lunge. Demnach ist der Sitz der Seele in der Lunge und der Atem ist somit die Seele. Aber sind nach dieser materiellen Wettanschauung die Inspirationen abzuleiten? Die Visionen religiöser Menschen gehören in den Bereich der Hysterie verwiesen. Wie aus Saulus Paulus wurde oder wie ein Engel des Herrn einem leibhaftigen Menschen erschien, scheint wohl klar zu sein. Gasförmig wie die Seele der Gläubigen. Aus all diesen Konstrukten aber kann keine Inspiration hervorgehen. Eine greifbare Inspiration ist nur der Weg des Wahnsinns zuzuordnen. Nochmals gesagt, wenn man nicht wahnsinnig begabt ist, muss man die Nerven zu wahnsinnsähnlichen Inspirationen provozieren. Hier unterscheiden sich Kunst und Wissenschaft, obgleich sie von einer Tatsache miteinander verbunden sind, von der unbändigen Neugier. Diese Neugier schafft Inspiration, denn was war, muss in Frage gestellt werden. Einzige Wahrheiten müssen als Halbwahrheiten oder Lügen deklariert werden. Oder als damals wahr, heute falsch. Die Sucht nach Visionen, die von Inspiration ausgeht, ist leider mit einem gewissen Maß an Egoismus verbunden, der dem Künstler zu Recht vorgehalten werden kann. Er ist in seinem Schaffen oft einsam und macht seine Mitmenschen oft einsam, wodurch ein Seelenaustausch gestört wird. Hier kommt die Frage des provozierten Lebens deutlich hinzu. Unter dem Einfluss von Mescalin, Kokain oder Alkohol verwandelt sich ein Mensch unfreiwillig zur Bestie, wenn auch in gemäßigter Form. Der egozentrische Künstler setzt bisweilen seine Inspirationen allen humanen Lebensweisen voraus, egal ob er von diesen berichtet. Eine Spaltung zwischen Werk und Leben findet bedauerlich oft statt. Ich möchte sagen, dass ein naturwissenschaftliches Erkennen des Ursprungs der innovativen Inspirationen noch aussteht, wenn auch die Medizin sehr nahe dran ist, insbesondere in die Gehirnforschung. Unter dem Schädeldach liegt die Erkenntnis und nicht in den Innereien. Das sogenannte Bauchgefühl ist eine trügerische Vision, die einmal stimmt und ein andermal nicht. Zwischen Kunst und Alkoholismus, begleitet von einem enormen Kaffeekonsum, klafft eine große Spanne. Mit einem Wort auf eine gelungene Dosierung kommt es an, um Inspirationen zu provozieren. Von Hugo Wolf wird berichtet, dass er beim Aufenthalt in Salzburg kissenweise Bier lehrte und wie im Rauschlied auch produzierte. Beethoven starb nicht an einer Leberzirrhose, wie lange angenommen, sondern an einer Bleivergiftung. Beide Erkrankungen sind das Ergebnis einer Trunksucht. Die Gläser, die er lehrte, waren von Blei durchsetzt. Wie schon gesagt, stand jeden Tag eine Flasche Wein auf dem Mittagtisch und es bewiesen, dass er nächtens allerlei dubiose Kneipen aufsuchte. Man müsste das Fänomen provoziertes Leben jahrelang für das Problem, jahrelang Recherchen durchführen. Aber die wenigen Beispiel reichen aus, die Träne der Inspirationserhitzung glaubwürdig zu machen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Vincent van Gogh geisteskrank war, sondern dass er sich geisteskrank machte. Der beamtisch-klassische Grillpatzer schrieb eine nüchterne Betrachtungsliteratur. Es bedarf, durfte selbst bei seiner Medea, keine Überreizung der Nerven. Seine Inspirationen holte er sich aus der Historie, die er neu schöpferisch behandelte. Im Gegenteigentlichen begann die Überhitzung des Geistes, erst nach dem Verlust einer stabilen Mitte, nach einem Zerfall der Kunst in ihre Einzelteile, bis zur Atomisierung. Der Massentrinker Wolls beschrieb auf künstlerische Weise eine Art Kernforschung, wenn man so will, eine Kernspaltung. Wissenschaftliche Künstler wie Montran brauchten kein Mescalin, um ihre Erkenntnisse klarzumachen. Das ist ablesbar an ihren Werken. Also muss die Quelle der Inspiration zwiegespalten sein. Der Gelegenheitstrinker und der Trinker zugunsten seiner Inspiration haben miteinander nichts zu tun. Es gibt aber den einen wie den anderen. Letzterer war Thema meiner Ausführungen. Die Frage ist, wer die Höchstleistungen der Kunst erbrachte, der beamtische Klassiker oder der furiose außer sich Mensch. Fest steht, dass eine Provokation des Lebens immer mal im Werk ist, sei durch ein überanstrengtes Denken oder ein vergiftetes Leben. Ein Höhenflug endet immer in der Tiefe. Marcel Duchamp sagte, ich glaube, die Kunst ist die einzige Tätigkeitsform, durch die sich der Mensch als wahres Individuum manifestieren kann. Durch sie allein vermag das animalische Stadion so überwinden, denn die Kunst ist ein Ausweg in Regionen, wo weder Zeit noch Raum herrschen. Dies beweist die Höhlenmalerei ein einziges Zeugnis aus frühen Tagen der Erwachsenenmenschheit. Ich bin überzeugt, dass die Wucht der Natur damals ausreichte, um Visionen zu provozieren. Aber zugleich wirkten die Schamanen die berauschten Weissager. Sie, die Visionäre, die mit dem überirdischen oder den verstorbenen Ahnen Kontakt aufnahmen, sind der Beweis, dass diese Droge eine Spiritualitätsquelle war. Sie putzten sich auf, um außer sich zu sein. Und dieses außer sich haben die Künstler unserer Tage übernommen oder vererbt bekommen. Die Kunst ist ähnlich wie die Wissenschaft einer ständigen Progression überantwortet. Obgleich der Künstler weiß, dass alles schon gegeben war, hat er das Gefühl, der Wissenschaft überlegen zu sein. Diese geht von Axionen aus und alt folgert etwas danach, während die Kunst keinen Anfangspunkt kennt und kein Ende. Die Kunst ist unberechenbar. Die Kunst ist sozusagen zeitlos. Sie hat von der Höhlenmalerei bis heute keinen Fortschritt gemacht. In ihrer Allumfassung ist weder fort noch rückschrittlich. Die Kunst ist eine Wissenschaft, die keine Beweise über Gültigkeit schafft. Mit einem Wort, die Kunst ist frei, aber nicht frei vom Leib, dem Sehen springt. Die Idee ist ein Produkt des Gehirns, aus dem die Inspiration hervorgeht. Die innovative Inspiration hat ihren Ursprung im Kopf, in der Zentrale allen Denkens. Der Schädel beherbergt die Inspirationen. Spiritualität ist eine Nachahmung früherer Gehirne, die sich nach und nach zum Beispiel im Buddhismus zu einer humanen Spiritualität entwickelte, zum Mitgefühl. Leid aber auch zu einer monströsen Form wie der Christbereitschaft. Leonardo da Wensche hat keine Bedenken, Kriegsmaschinen zu entwerfen. Die Sucht entstand einer Sehnsucht nach einer unentdeckten Welt, nach einem Jenseits im Diesseits. Es bedarf einer Aufklärung der Seele, um ihren Inhalt endlich auf den Punkt zu bringen. Inspirationen sind chemische Prozesse, die schwer erklärt werden können. Von Naifen Zeichnen des Kindes entwickelt sich langsam die Sucht nach Kunst. Unbegabte Lehrer verhindern ein vorzeitiges Begreifen der Weltkunst. Sie stampfen das Talent unter ihr Niveau zurück. Sie sind die Inspirationsverhinderer. Sie erklären, dass sie es nicht können, nicht auf, unter welchen Bedingungen Kunst entsteht. Talente werden zuhauf vernichtet durch ein Rückhaltesystem. Sie unterrichten von Künstlers nicht so, als wären sie Halbgötter. Und dessen ist der Künstler ein Halbmensch, zum Teil seinen Werken intensiv zugewendet, zum anderen Teil seinem sozialen Umfeld. Inspiration ist eine Sucht, das Leben begreifen zu können. Sie ist eine Vereinigung von Wissenschaft und Kunst. Sie führt den Künstler zur Überreizung der Nerven zugunsten einer Welteinsicht, abgeleitet von einer primitiven Weltansicht. Von Immanuel Kant sagt man, dass die Königsberger ihre Uhr nach seinen täglichen Spaziergängen richtete. Es gibt zahlreiche bekannte Denker und Künstler, die ihre Arbeitszeit exakt vornotiert hatten. Sie bilden insgesamt eine Ausnahme. Deutlich unterscheiden sich die Tages- und Nachtarbeiter. Ich schätze die Dämmerung als Auskunftspunkt meines Schaffens und so endet sie schließlich in einer Nachtarbeit. Andere schätzen die Morgenfische als Inspirationsquelle. Wir hatten ein Haus an der Atlantikküste, aber ich zog bei Arbeitsbeginn davor stets zu, denn der Anblick des Meeres störte mich, lenkte mich ab. Unvorstellbar wäre dies für einen Impressionisten gewesen, aber die Zeiten haben sich geändert. Ich lebe in einer Periode der Elektro-Lichtkunst. Ich bevorzuge das halbblinde Licht, das mir keine Sicherheit gibt, welches Kolorid ein Farbstift aufweist. Dies sind nur die Grundbedingungen künstlerischen Schaffens. Der nächste Schritt der konventionelle routinierte Einübungsvorgang, bis es zur Explosion der Innovation kommt. Mein Freund, der Alkohol, zeigt in Verbindung mit meinem angeborenen Talent seine Wirkung. Das provozierte Leben hat Glückshormone ausgeschüttet. Das künstlerische Schaffen wird, nachdem es seinen Ablauf genommen hat, zur Manie, die zugleich manisch depressiv machen kann. Der Zweifel in meiner Kunst kann bis zur Verzweiflung führen, ja bis zum Suizid. Künstler sind an sich Menschen wie jeder. Der Unterschied besteht darin, dass der Künstler aus dem Nichts heraus ein Etwas schaffen kann, das eigentlich keinen materiellen Wert hat. So gegenständlich auch malt, erzeugt keinen Tisch oder Sessel, auf dem man sitzen kann. Im Bereich der Populären Musik gibt es einige Beispiele, wohin die Rekordsucht führen kann, die Sucht nach totaler Expression. Ich bin nicht so erfahren in dieser Branche, aber die Namen Jimi Hendrix oder Janis Joplin oder Brian Jones reichen. Jim Morrison und Houston richteten sich für ihre Ausdruckskunst zugrund. Am Ende ihrer Inspiration angelangt, versuchten sie diese noch zu steigern. Dazu dienten die Übertreibungsgifte, Drogen aller Art. Sehnsucht und Sucht gingen eine Partnerschaft ein, die schließlich in einer Art Todessehnsucht endete. Die klassische Moderne und deren Nachfolger ist etwas befreit davon. ihre vernünftige Art mit der Mathematik umzugehen verschont sie vor Exzessen. Darum ist sie auch nicht so populär. Der menschliche Leib ist das vorläufige Endprodukt der Evolution. Sein Gehirn hat Sagen und Märchen und Götter oder Gott erdacht. Alle Mysterien sind Legenden und die sogenannte Spiritualität hängt hauptsächlich von Spiritosen ab. Die meisten Künstler waren begnadete Säufer, ausgenommen die, die sich an ihrer mathematischen Gottesliebe berauscht hatten. Spiritualität ist ein Produkt hysterischer Synapsen. Über den Entstehungsprozess eines Kunstwerks nachzudenken hese ein neues Kunstwerk zu schaffen. Niemals kann dieser Vortrag im Nachhinein wörtlich erklärt werden. Was im Künstler während der Erschaffung eines Werkes vorgeht, bleibt ein Geheimnis, welches er nur zu lüften vermag, nur er zu lüften vermag. Sicher ist nur, dass er ein Anlehnungsbedürfnis zu seinen Vorgängen hat und dass bei jedem Zeichen und Pinselstrich Millionen von Gedanken durch sein Gehirn brausen. Jede Berührung mit der Leinwand oder dem Papier ist eine Nanosekunden Entscheidung. Es entscheidet es scheint als kappelten alle Atom und ihre Teile durch den gesamten Leib und harten auf ihre Sprengung. Ich bin manchmal nach einer Schaffensnacht erschöpft, über meinen Werken eingeschlafen, ganz so, als wären sie mein Himmelsbrett oder mein Leichentuch. Während meines Schaffens bin ich ein vollkommener Egoist, obgleich die Inhalte meines Werkes frei vom Ich sind. Ich will festhalten, dass ich im Eigentlichen ein Humanist bin, ein Mensch, der für alle Menschen ein Verständnis hat, manchmal auch für mich. Ich bin mir nicht bewusst, wie meine Kunst entsteht. Irgendein Motor treibt mich an und hört mich auf zu rotieren. Ich bin am Ende und will es verlängern. Das betrifft insgesamt alle Kunst. Davon leitet sich der Begriff Unsterblichkeit ab. Ich bin sterblich, aber jeder Künstler sehnt sich nach Unsterblichkeit seiner Werke. Ein manisch-kreatives Schaffens begleitet von Aufbruchsmitteln führt häufig zu Sucht. Der Künstler kann von seinen bewährten Rezepten nicht mehr lassen. Er ist süchtig nach seiner Kunst und diese macht ihn Sucht krank. Aber ehe dieser in einem trivialen Alkoholismus endet, schaltet sich die Vernunft ein und sucht einen Psychiater auf, der Antidepressiv verschreibt. Vor der Sucht nach Kunst kann einem keiner helfen. Applaus